Hier sind wir im Konzeströner. Es ist das gleiche Essen wie in Britannia. Bloß, dass man hier zu allem ist. Man kann von 18.00 bis 20.30 Uhr einfach essen gehen. Superschön. Das ist hier leischmännlicher Ding. Das hier ist kühlschlisch. Kühlschlisch Lievon ist absolut identisch. Und hier ist auch allakart Frühstück, allakart Mittagessen und allakart Dinner serviert. Hier haben wir bei immer einen Seidtisch. Das ist kühlschlisch. Und ich habe es schon erwähnt, also ihr seht ja, es ist ein kleiner und ultimer, das kann man ja auch nicht erklären. Die Festen sind flexibler, was die Zeit angeht. Und der dritte Unterschied ist, das guckt ja genau die gleiche Karte, die wir jetzt hier ab.